Ja moine lieben Freunde, herzlich willkommen bei einer weiteren Werbesendung mit Two Heads. Das ist unser Lesemonat für den Januar. Also der erste in diesem Jahr und dann geht es nach dem Intro. Hallöchen. Hey, hey. Seid ihr auch hier? Ja, das freut mich, wenn ihr auch hier seid. Also wir haben heute den 4. Februar. Ich weiß, es kommt ein bisschen später, es kommt vielleicht, weil ich heute doch online, oder? Heute oder morgen? Ja, heute sogar. Heute, hu, in der Nacht. Ja. Nachtsonne. Beachtet mich einfach nicht. Blendet ihn aus. Das sah gerade gut aus. Musst es aber nicht heute nochmal machen. Also ich habe insgesamt 6 Bücher gelesen. Ich 3. Ich sag 3 und mach 5. Jetzt würde ich immer sagen, ich zeige immer 2, du eigentlich. 2, du, 1. Oder? So. Was denn? Ich mag meinen Stuhl sehr gerne, denn er ist toll. Toll. Okay. Ja, so 2, 1. Jetzt muss ich mal nach hinten greifen. Mein erstes Buch, als ich diesen Wort gelesen habe, und zwar habe ich hier mein schlaues Heftchen. Das habe ich, ähm, 1. Januar gelesen. Das habe ich schon am 31. Dezember, oder 2, nee, 30. Dezember, 30. Dezember habe ich es angefangen. Und da ich es erst im Januar zählt gelesen habe, habe ich es im Januar erzählt. Und zwar war das von Jennifer Wilde, Arm und Schaut, Dreh dich nicht um, mit 384 Seiten. Ähm, weil die Informationen stehen alle hier unten in der Leiste. Und na, ich genau weiß nicht, ob ich das noch heute schaffe. Okay, ich sag vorsichtig über die Informationen, okay? Okay, dieses Buch ist im Heine Fliegt Verlag erschienen, ist von Jennifer Wilde, Arm und Schaut, und kostet 12,99 Euro. Also die Sterneanzahlung, musst du heute noch reintun. Ja, das kann ich noch schon machen. Und das Buch hat von mir 5 Sterne bekommen, weil es einfach mega ist. Äh, der Schreibstil halt, der Schreibstil halt. Der Schreibstil von, äh, Jennifer Wilde, Arm und Schaut, ist halt, äh, richtig gut. Denn es wurde, ist es spannend gemacht und ich wollte es eigentlich nur 4 Sterne geben, aber durch dieses Ende. hat es alles rausgehauen. So, das zu diesem Buch. So, dann zum nächsten Buch. Ihr greift da hinten, findet ihr das Buch oder nicht? Oh mein Gott. Ja. Ähm, das Buch hab ich dann am, äh, 4. Januar beendet. Dafür hab ich nur 3 Tage gebraucht, was ich irgendwie echt überrascht. Lass das da liegen. Da stehen wir ganz Seitenzahlen drauf und so. Ähm, ach ja. Und dreh ich nicht um, hat auf meine, bei meiner Subsanktion plus 1 Punkt gebracht. Die Subsanktion sagen wir einfach hier, ähm. Und sonstige Sachen sagen wir dann im Challenge-Update, was nächste Woche Montag, ne. Ist in der. Nächste Woche Mittwoch wahrscheinlich kommt. Ähm, und zwar war das Buch, was ich am 4. Januar beendet habe, Frostkuss von Jennifer Estep. Ähm, das Buch. Ich denk grad Jennifer Eilabend auch. Ja, ich glaub ich kann, ich wollte's grad auch irgendwie sagen, aber ich hab's noch, hab mich noch gerettet. Ähm, und zwar ist im Iwi-Verlag erschienen. Ist der erste Teil der Mythos Academy und kostet 14,99 Euro. Ähm, das Buch hat ungefähr 400 Seiten, wenn ich dieses da hinten mitrechne, was dann noch der Stundenplan ist, äh, der Aufsatz ist und ein Leseprober zum zweiten Teil ist. Ähm, das Buch war echt gut. Das war ja mein Challenge-Buch für, äh, unsere Two-Heads-Challenge. Und was da war, äh, keine, äh, weiß auf dem, also ein Buch mit weißem Cover. Ist ja ja weiß so. Kein weiß. Hm? Ja, kein weiß. Das sieht man hier. Ähm, das Buch hat von mir, äh, wie viele Sterne bekommen? Das Buch hat von mir vier Sterne bekommen, weil es eigentlich richtig gut war. Ich mochte diesen Schreibstil. Ich hab's immer teils hier, teils auf dem E-Book gelesen. Und, ähm, auf dem E-Reader als E-Book. Ähm, und, ja, ich fahr mich schon auf den zweiten Teil. Dann bist du jetzt dran. Ja, endlich. Das erste Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, ist, war zwar, anfangs wollte ich noch, äh, City of Bones lesen. Das hab ich ja dann aber pausiert, sag ich jetzt mal. So. Unsere Gesichtserkennung erkennt das gelöscht Gesicht als Gesicht. Ja. Okay, wo weiter? Ähm, ja, ich wollte eigentlich City of Bones lesen, hab ich aber pausiert, sag ich jetzt mal. Ähm, ich weiß nicht, ob ich's weiterlesen werde. Ich wollte es jetzt nachtacht, was ich momentan lese, ähm, nochmal anprügeln. Wenn ich's aber nicht mache, dann, keine Ahnung. Äh, und was ich gelesen habe hier. Die Bestimmung habe ich als erstes dann gelesen, schlussendlich. Voll. Porn. Porn. Veronika Roast. Im Zuge des... Verlag. Im Zuge des Lesemarathons und des Buches ist vom CVT Verlag. Es hat tatsächlich, äh, 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 475 Seiten und kostet... Kostet... Nichts. 17,99 Euro, meine ich zu wissen. Ja. Das Buch ist so ein schönes Buch. Äh, ich hab ja schon sehr viel darüber gesagt im Lesemarathon. Ich kann's aber hier nochmal so etwas erläutern. Ähm, genauso wie bei Onyx, wer unsere Rezension gesehen hat, hat mir eine Sache da missfallen. Eine Situation, eine Stellungnahme im Buch, ein Gedankenzug eines Charakters, und ich will darauf nicht eingehen, weil das spoilern würde. Also ihr müsst wissen, Gedankengänge sind da Millionen, und wenn einer nicht passt, ist schon mit einer Stern weg. Nein, ähm, wenn ein Gedankenzug so viel des Buches, sag ich, so viel des Buches, sag ich mal, beinhaltet. Beeinflusst. Beeinflusst, beinhaltet. Und dann gibt's dann schon einen halben Punkt abzuwenden, wo es so ein bisschen blöd ist. Also, ähm, ja, 4,5 Sterne hab ich dem Buch gegeben und jetzt hab ich genug gelesen. Labert. Ich labert, handdruck. Äh, kannst du mal den Sex geben? Woi, Juni. Ich musste noch nachtragen, welche Challenge ich dieses Buch gelesen habe. Naja, das kannst du ja hier... Ja, hier sagen und dann erläutern. Warum? Ich wollte das eigentlich so separat einfach einfach... Okay, für welche Challenge... Also das mit der Two-Heads-Challenge ist ja etwas anderes, weil es halt unser Challenge ist. Wenn ihr wissen wollt, für welche Challenge ich alles gelesen habe und so weiter, dann kommt das... Das Challenge ausrufen soll ich den Video! Das nächste Buch, was ich im schulischen Rahmen gelesen habe, das habe ich nämlich beendet. Ich ebenfalls auch, also dann kann der Erik das direkt für mich mitmachen. Also wer macht das jetzt zusammen, sage ich jetzt mal, so together. Das habe ich am... Am... Ja... Am... 12. Januar beendet. Ähm... Oh Gott. Und zwar von Dürrenmarkt, der Besuch der alten Dame. Wow. Ähm... Ja, das Buch hat eigentlich 134 Seiten. Ich habe aber auch 153 gesät, weil ich den anderen Anhang noch mitgezählt habe. Ähm... Du Böse, ja Böse, ja Böse. Ja, ich bin Böse. Und ja, das Buch hat mich überrascht, weil eigentlich mag ich sowas nicht. Und dennoch hat es von mir drei Sterne bekommen, weil mich dieses Ende, schon allein vom Ende her, würde ich mindestens einen Stern abziehen. Wenn nicht sogar noch mehr. Und diese Sprache hat mir manchmal nicht so gefallen, manchmal hat man auch gar nichts verstanden. Naja, das Problem war hauptsächlich ja auch... Naja, nicht das Problem, aber... Ähm, was ich einfach so bääääääh... Ekelhaft fand war... Diese ständige Wiederholungen. Ja, und dann warte... Der Erste... Der Zweite... Der Zweite... Der Zweite... Aber das hat natürlich einen... Das ist noch verbunden... Aufmerksam. Das hab ich mal daheingeschrieben. Jaa... Wer ist hier wohl aufmerksam? Im Unterricht... Im Unterricht... Am wisch... Das hab ich im Unterricht aufmerksam... ... wo ich im Radetammel aufmerksam hingeschrieben habe. Achso, ja. Also ich habe in diesem Buch drei Sterne gegeben, das Buch kostet 98 Euro und es ist in Diogenes Verlag erschienen. Und ist von... Tragische Komödie. Ja, aber es ist ja sehr lustig. Nee, Komödie? Ja. Ist lustig? Nein. Nee doch, es ist lustig. Komödie ist lustig. Okay, ja dann... Hahahaha, ich habe mich so stark gelernt in diesem Buch. Hast du schon gesagt, dass es von Friedrich Dürrenmatt ist. Ja. Schön. Also jetzt machen wir erstmal für die schulischen Leute da Bilderinterpretation. Was bedeutet dieses Bild? Du mach jetzt deine Bewertung. Drei Sterne habe ich das Ding auch gegeben, weil manchmal bei etwas längeren Texten versteht man die dann irgendwann nicht mehr. Aber das liegt daran, dass ich kein Altdeutsch spreche. Das ist also sowas Persönliches bei mir und diese ständigen Wiederholungen und das Ende, also die Wiederholungen halt, bestehen alle hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Okay. Und ähm, das Ende fand ich jetzt auch nicht das Beste, wie Arik schon sagte. Also ich habe in diesem Monat irgendwie dreimal fünf Sterne bewertet. Weil da drehe ich nicht um, war schon so Grenze. Also fast vier und halber, ich habe mir noch fünf gegeben. Jetzt kommt mein, ähm, eines, ich habe zwei Monatshighlighter, das eine ist meiner Monatshighlighter, wobei das sich schon ein bisschen überschneidet. Also egal. Mein erstes Monatshighlight war von Laura Newman, Nachtsonne, Flucht und Feuerland, das ist der erste Teil der Nachtsonne-Chroniken. Ähm, ja das Buch kostet... Das hier ist die Laura Newman. Das kostet normal, ähm, das kostet normal 11,90 Euro. Äh, äh, äh. Ja, mhm, äh, 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 äh. Das kostet, das kostet normal 11,90 Euro und als E-Book glaube ich 3,90 Euro. Ich weiß es nicht. Verurteilt mich nicht, wenn ich es schlecht, wenn ich es falsch gesagt habe. Ja, ähm, zu diesem Buch sage ich nicht viel. Es hat, äh, 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 396 Seiten. Ähm, da habe ich natürlich 5 Sterne gegeben. Äh, natürlich. Aber wenn ihr mehr zu diesem Buch erfahren wollt, dann guckt, dann guckt natürlich, nein. Dann guckt doch mal bei unserer Rezension vorbei. Ja, die haben wir glaube ich schon hochgeladen, ne? Ja, gut. Gutti frutti. Dann mache ich jetzt mal noch mein letztes Buch. Äh, mein letztes Buch, was ich diesen Monat schon beendet habe. Ne, letzten Monat beendet habe. So ist es wie Silva, Silva, Silva. Ähm, das erste Buch der Träume. Es hat, wie viele Seiten? 404. Ist im FJB Verlag erschienen. Tesha Yogubo. Ähm, hat 18,99 Euro gekostet. Und ich glaube ich brauche davon nicht so viel zu erzählen, weil es sowieso schon jeder gelesen hat. Nach Erik. Und jetzt habe ich es auch gelesen und ich finde dieses Buch toll. Dadurch, dass ich mich über nichts da beschweren konnte. Ist das irgendein Problem? Ne. Gut. Äh, aus dem Konzept gebracht. Ähm, weil ich einfach nichts kritisieren konnte in diesem Buch. Kann ja auch keine Punktabzüge geben. Also 5 Sterne. Auch wenn Erik sagt, dass der zweite Teil wird spannender. Der erste Teil ist irgendwie auch gut. Achso, ich habe gesagt, hier, 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 hier. Achso. Ähm. Mein nächstes Buch. Ja, das war mein nächstes Buch. Ähm. Meine Brille spiegelt. Mein Monatsflop war ja Der Besuch der alten Dame. Das hier war so ein Mittelding. Nicht gut, nicht schlecht. Und zwar von Alexandra Brock, äh, die Überlebenden. Ähm, das Buch hat 12,99 Euro gekostet. Ist im Goldmann Verlag erschienen. Und hat 543 Seiten. Diesem Buch habe ich 4 Sterne gegeben. Weil ich mir irgendwie mehr erhofft habe. Schon weil ich dieses Cover. Und, ähm. Fühleffekt. Die Story, ähm, hat hinten viel versprechender geklungen. Und, manche sagen, dass das Buch Hammer ist. Aber ich fand das irgendwie nicht so. Ich fand zum Beispiel, es war nur teilweise manchmal spannender. Waren es auch nur 3, 4, 5 Seiten. Mehr war auch nicht. Und sonst war es immer nur so ein bisschen Gerede. Und deswegen 4 Sterne. Trotzdem freue ich mich auf den zweiten Teil. Und mein letztes Buch. Beziehungsweise mein absolutes Monatshighlight. Mit Nacht, Sonne. Die streiten sich so um den ersten Platz. Und ich liebe dieses Buch. Es ist eines meiner Lieblingsbücher geworden. Es ist sogar fast noch besser als Onyx. Also es ist so besser auf gleicher Höhe mit Onyx. Und zwar ist es von Veronica Roth. Die Bestimmung. Tödliche Wahrheit. Und darf ich kurz was einwenden? Ja. Du sagst jedes Mal, ich liebe dieses Buch. Ja. Wenn ich ein Buch liebe, dann liebe ich mein Buch. Ja, genau. So. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe dieses Buch. So. Jetzt haben wir den Markus auch heute mal genervt. Ähm. 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 Das Buch. So toll. Wie der Markus schon guckt. Ich höre das einfach jeden Tag. Dieses Buch. Ist so toll. Du musst es lesen. Lese es. Es ist so. Ah. Es ist so toll. Okay. Wortwörtlich Erik. Zitat Erik. Schon allein dieses Cover ist mega. Die Story ist mega. Und du kannst auch gerne verschwinden. Das würde mir nichts ausmachen. Okay. Ähm. Und. Ähm. Ja. Das Buch hat. Ist im CBT Verlag erschienen. Weil ich auch gar nicht gesagt habe. Das Buch kostet 17,95 Euro. Bleibt da unten. Bäh. Und. Ähm. Hat 512 Seiten. Und hat von mir 5 Sterne bekommen. Das Buch ist total. Ja. Hab ich schon erzählt, dass das Buch total ist? Also ich wollte ihm erst durch die Story. 4,5 Sterne geben. Aber dann. Das Ende. Kam das Ende. Oh mein Gott. Warte. Ich mach jetzt bei Besuch der Heldendame. Und dann kam das Ende. Das Ende. Das Ende. Das Ende. Das Ende. Das Ende. Ähm. Und das hat alles herausgerüstet. Und dieses Ende hat mich sowas von. Sein Ernst? Ja. Ich hatte grad Spaß daran gehabt. Irgendwas anderes gemacht. Und das Buch. Das ist das Buch. Das ist das Buch. Dankeschön. Das Ende hat alles rausgerissen. Es ist so mega. Ähm. Und ja. Kauft es. Jetzt. Heute. Hier. Bei. Twoheads. Und ich glaube. Wenn der dritte. Auch so gut ist. Sprengt das alles. Und ich gebe mir 6 Sterne. Oder so. Du erfindest das neue 6 Sterne System. So. Damit kommen wir zusammen auf. Also bei mir. Auf eine Seitenzahl von 2388. Und das wären dann 77 Seiten pro Tag. Womit ich echt zufrieden bin. Ja. Ich nicht. Ähm. Und jetzt kommen wir zu Markus Statistik. Ja. Es ist auch besser geworden. Also ich bin jeglicher Hinsicht zufrieden damit. Im Gegensatz zu Dezember. Wo ich ja meine extreme Leseflauerte hatte. Ich habe nämlich 1107. Wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere. Was ich aber nicht glaube. Und insgesamt 32,8 Seiten pro Tag. Das finde ich sehr klasse. Jetzt kommen wir zu meinen Suppe Sanktionen Punkten. Ähm. Insgesamt meine gelesenen Bücher. Meine gelesenen Bücher haben plus 16 Punkte gesammelt. Da ich aber zwei Bücher gekauft habe. Also einmal. Insgesamt 1 habe ich geschenkt bekommen. Ähm. Das hat dann minus 1 gebracht. Und ähm. Mein Inksbuch hat dann minus 2 gebracht. Ähm. Und sowas jetzt minus 3. Also bin ich gerade auf einem momentanen Stand von plus 13. Heißt dieser Monat hat plus 13 Punkte beherbergt. Was ich sehr gut finde. Aber ich hätte gedacht. Dieses Punktsystem geht nach hinten los. Aber das spornt einen immerhin noch mehr an. Ach wirklich? Ja. Ich habe nämlich. Das einzige Buch was ich gekauft habe. War The Darkest Mains. Und das musste einfach bei mir sein. Und ähm. Hast du das wirklich immer im Hinterkopf? Wenn du was kaufst? Ja. Oh mein Gott. Oste nie. Und ähm. Ja. Seit Januar halt. Ja. Aber man hört nur. Ich will jetzt das unbedingt kaufen. Und das und das und das. Ja. Genau. Und durch dieses Punktesystem habe ich immer noch im Kopf. so. Äh. Wäre natürlich so. Äh. Äh. Aber egal. Ja. Äh. Äh. So. Das war's mit unserem Lesenmonat. Wir drehen jetzt noch das One to Read. Was dann auch in die Terra kommen wird. Ich glaube nämlich Freitag. Und ähm. Wir sehen uns dann in unserem nächsten Video. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Und jetzt kommt die Outcut. Tschüss. Das war's mit unserem Video. Auf dieser Seite wettet ihr jetzt. Juh. Unsere Kanäle. äh. Lovelybooks, Twitter und Goodreads finden. Eine reihenfolge Goodreads, Lovelybooks und Twitter. Die müsste ich dann auf Facebook einfügen. Aber das ist scheißegal. Weil ihr hier unten hier ein äh 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 älteres Video. Also das letzte Lesemonat finden wird. Und auf dem YouTube Banner könnt ihr uns sogar abonnieren. Falls ihr lustig seid. Das zuhört, unsere Facebook-Seite ist unten in der Infobox verlinkt und irgendwann wird es auch noch, das geht aber gar nicht, aber egal, irgendwann wird es noch in der Seite zu finden sein, wo man dann halt nicht draufklicken kann, aber es wird dann halt irgendwann zu sehen sein. Ja, und jetzt wird das Bild so erstmal so verschiebt gemacht und dann ist alles gut und wir wünschen euch viel Spaß beim Kolorieren, weil ihr wisst ja, kolorieren ist schön und denkt immer an eure Haare. Tschüss. Ja.